Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Ich habe schon mal den Jammerlappen rausgeholt, denn heute wird ein bisschen gejammert und dann brauchen wir unseren Freund hier, um das alles nicht so aufzufangen. Nämlich Kim Virginia hat sich nun geäußert, warum sie Max Bormann eine Backpfeife verpasst hat. Wir kennen dieses Gerücht schon seit langer Zeit und spätestens mit dem Trailer von Prominent getrennt haben wir es auch alle gesehen. Nun scheint der Maulkorb vom Management von der Produktion verschwunden zu sein und Kim Virginia kann nun endlich sich das Herz erleichtern und über diese Situation sprechen. Das gucken wir uns mal an. Es war eine Live-Situation auf TikTok, die von TV Movie eingefangen wurde, die dazu einen Artikel geschrieben haben. Zum Glück, denn ich selber habe diesen TikTok-Livestream nicht gesehen und hätte auch kein Interesse gehabt. Aber durch diese Berichterstattung kann ich darauf zugreifen und euch auch meine Meinung dazu sagen. Fakt ist, und damit möchte ich auch schon direkt dieses Video beginnen, es ist erschreckend, wie oft wir in letzter Zeit über das Thema Gewalt im TV überhaupt sprechen müssen. Aus meiner persönlichen Sicht gehört dieses Thema eigentlich gar nicht in das Unterhaltungstv rein. Also es ist völlig erschreckend, wie diese Dramatik dahinter steckt, wie sich das weiterentwickelt hat, dass wir so oft inzwischen über dieses Thema sprechen müssen. Zuletzt heute Morgen um 8 bei dem Thema Michelle und Mike. Video empfehle ich euch. Da haben wir auch über das Thema Gewalt gesprochen. Und nun auch hier wieder bei dem Thema Kim. Es ist erschreckend, dass solche Menschen immer noch im TV stattfinden dürfen und dass das unsere Unterhaltungsgesellschaft widerspiegelt. Das finde ich persönlich sehr, sehr erschreckend und das wollte ich einfach zu Beginn des Videos sagen. Vielleicht seid ihr ja genau meiner Meinung, dann schreibt das gerne und wenn ihr nicht meiner Meinung seid, ist das auch in Ordnung. Jeder Mensch darf hier auf meinem Kanal immer seine eigene Meinung behalten, solange er sie höflich und freundlich verpackt, meine Lieben. Ja, abonniert gerne den Kanal für weitere lustige Trash-News, wobei dieses Thema ist nicht so lustig und ihr haltet von mir dreimal am Tag Videos. Das ist ein Versprechen, das habe ich euch gegeben und das halte ich seit über einem Jahr ein. Eine lange Zeit und am Samstag haben wir live, endlich wieder. Ich freue mich sehr auf unseren Live-Chat, das wird super spannend werden. Gut, genug gequatscht, wir schalten einmal rüber zu dem Artikel von TVO Movie. Hier geht es nämlich genau um diese Schlagzeile. Prominent getrennt, kein Maulkorb mehr, Kim Virginia spricht über Schlag und Max Bormann, ein Artikel vom 7. April, also relativ zeitaktuell. Und hier sehen wir sie schon, das war Kim mit ihrem Dschungel-Outfit, so zog sie damals in den Dschungel ein. Was lange ein unbestätigtes Gerücht war, bewahrheitete sich mit der Veröffentlichung des Trailers zur dritten Prominent getrennt Staffel. Ja, Kim Virginia Hartung hat Max Bormann eine Schelle verpasst. Prominent getrennt, Kim Virginia, es wird viel Krasses passieren. Zitat Ende. Ich hoffe, dass sie damit nicht die Schelle meint, weil das ist nichts Krasses, das ist etwas komplett Unnötiges. Man braucht, beziehungsweise man darf niemals eine Form von Gewalt anwenden, um sich Gehör zu verschaffen. Auf TikTok äußerte sich Hartung nun erstmal zu der Reality-Show. Bei diesem Cast habe sie mehr erwartet zur Hartung, aber es wird sehr viel Krasses passieren. Ich meine, ich klebe einem eine, das ist doch auch schon mal was, was es ist, wissen wir nicht, aber es ist was. Zitat Ende. Es ist gar nichts. Es ist etwas, was höchst zu verurteilen ist. Also ich meine, wir wissen natürlich nicht die Situation, warum Kim ihm eine geklatscht hat. Die Situation wissen wir noch nicht. Das wird erst in den nächsten Wochen ausgestrahlt. Klar, wenn Max Bormann sie irgendwie berührt hätte, beziehungsweise sie irgendwie in Bedrängnis gebracht hätte, dann könnte man die Situation vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Aber grundsätzlich ist Gewalt in jeglicher Form abzulehnen. Auch psychische Gewalt. So, mal nebenbei, wenn wir an das Sommerhaus und Valentina denken. Also das möchte ich in diesem Atemzug gleich mit zusammen sagen. Zum Glück könne sie jetzt darüber reden, so die Reality-Darstellerin weiter. Schließlich sei die Information über die Ohrfeige bereits vor Monaten durchgesickert. Es war keine Schlägerei. Das ist was anderes zur Hartung weiter. Dennoch sei natürlich auch eine Backpfeife-Scheiße, wie sie es ausdrückt. Ich durfte gar nichts dazu sagen. Nicht mal, dass ich niemanden komplett verkloppt habe. Das war anstrengend. Zitat Ende. Das allerdings glaube ich ihr. Ich glaube ihr erstmal A, dass ihr darüber nicht sprechen durfte. Seitens der Produktion wird prominent getrennt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn das ist ja auch das Verwerfliche, was man jetzt auch RTL ein bisschen oder der Produktionsfirma ein bisschen zu direkt zuschieben muss. Dass man hier irgendwie generell die Situation durchgesickert ist. Vielleicht kann RTL was dafür. Vielleicht aber auch nicht. Aber, dass man denn dann, ja, das nicht gleich klar stellt. Sondern, dass man so ein bisschen mit der Abneigung und mit der Wut der Zuschauer spielt. Und das halt einfach möglichst lange geheim hält. Damit die Interesse möglichst groß bleibt. Und das ist natürlich auch extrem daneben. Das muss man auch sagen. Ja, ich nehme jetzt Kim hier nicht in Schutz. Aber es ist auch von der Produktionsfirma extrem daneben. Dass wenn schon etwas durchsickert, dass man sich dazu nicht äußern darf. Das verstehe ich. Und wie gesagt, die Hintergründe kennen wir noch nicht. Das glaube ich Kim in diesem Zusammenhang definitiv, dass es für sie anstrengend war. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ändert aber nichts daran, dass sie an der Situation natürlich auch selbst schuld ist, wenn sie zugeschlagen hat. Zitat. Aufgrund der Äußerungen anderer im Vorfeld der Ausstrahlung davon ist Hartung überzeugt, haben viele Zuschauer bestimmt mehr erwartet als eine Backpfeife. Zitat Ende. Weiß ich nicht. Also eigentlich habe ich jetzt genau das erwartet. Ich habe jetzt nicht geglaubt, dass Kim den Baseballschläger holt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe genau das erwartet, dass irgendwie, keine Ahnung, eine Backpfeife entsteht. Ja, damit habe ich gerechnet. Aber nicht, dass hier eine größere Gewaltmaschinerie in Gang tritt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Für den Tag, an dem die Folge mit dem Ausrutscher zu sehen sein wird, prophezeit Hartung schlimme Reaktionen. Es wird 500 Mal kommen, was gewesen wäre, wenn es ein Mann gemacht hätte, prognostizierte sie. Zwischen den Zeilen kommt immer wieder durch, dass sie das, was vorgefallen ist, als gerechtfertigt empfindet. Zitat Ende. Es ist jetzt hier sehr, sehr schwierig zu sagen, dass es nicht gerechtfertigt ist, weil wir ja nicht wissen, was passiert ist. Grundsätzlich bleibe ich dabei. Nichts rechtfertigt Gewalt. Aber ich glaube, hier spricht man so ein bisschen von einer Toleranzverständnis. Ich denke mal, wenn wir jetzt an diesem Toleranzregler weiter drehen und diese Situation, die vielleicht entstanden sein könnte, immer weiter zuschärfen, wird es immer mehr Leute geben, die sagen, okay, dann kann ich es verstehen. Wir drehen noch einmal am Rad und dann werden wieder eine Prozentzahl von Zuschauern sagen, okay, jetzt kann ich das auch verstehen. Also es kommt wirklich darauf an, was uns prominent getrennt für eine heftige Reaktion zeigt, was eine Backpfeife von Max Bormann rechtfertigt. Grundsätzlich, ich weiß, dass das viele sagen, rechtfertigt nichts Gewalt. Wir wissen aber auch nicht, was Max gemacht hat, weil auch das wird weiterhin von RTL natürlich alles so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, benutzt, um möglichst viel Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen. Ich meine, wir reden ja auch drüber. Prominent getrennt, wann kommt Folge 2? Die zweite Folge prominent getrennt wird ab kommenden Mittwoch, 10. April auf dem Streamingportal RTL Plus verfügbar sein. Und auch ich werde darüber natürlich berichten. Also abonniert gerne Dennis Thresh Highlights her. Ich werde natürlich auch darüber sprechen. Die ganzen Paare brauchen wir nicht nochmal durchgehen. Ich habe das hier in meinem YouTube-Kanal ja schon gemacht. Es gibt so Paarenvorstellungen. Es ist schon, es ist schon übel. Und ich finde die Art mit dieser verwerflichen Geschichte, ich denke mal, da sind sich alle einig, zu spielen, gar nicht korrekt. Ich finde die Sache seitens Produktionsfirma nicht korrekt, weil man einfach hier auch ein bisschen mit den Emotionen der Zuschauer spielt. Das ist eine Art der Emotionen, das finde ich nicht korrekt. Und dann schaue ich mir lieber Achterbahn-Videos an, dann habe ich auch eine Emotion, aber nicht so. Weil man hier einfach auch mit Werten spielt. Und ich weiß, viele Zuschauer werden sagen, ja Danny, das ist RTL, da geht es doch nicht um Werte. Ja, mag ja sein, aber dennoch werde ich mich doch nicht verändern, weil ein TV-Sender oder aber eine Produktionsfirma die falschen Werte vermittelt. Und deswegen werde ich ja nicht abgestumpfter sagen und meine eigenen Werte über Bord werfen. Meine eigenen Werte, die ich vermittelt bekommen habe, sagen mir, übe niemals Gewalt aus. Das ist ganz, ganz klar. Klar, eine gewisse Selbstverteidigung wäre nochmal was anderes. Aber da wir ja nicht wissen, worüber wir sprechen, kann man das halt auch nicht direkt einschätzen. Ich glaube, sobald dieses Format ausgestrahlt wird, beziehungsweise nicht das Format, sondern die entsprechende Folge, dann wird das alles ein bisschen anders sein. Ich bin gespannt, wie Kim dargestellt wird. Es kommt natürlich auch wieder auf den Schnitt ein bisschen drauf an. Ja, das haben wir auch schon gelernt, dass der Cutter eigentlich ja der Böse ist. Aber grundsätzlich kommt das natürlich auch ein bisschen drauf an, ob wir überhaupt die Situation zu Gesicht bekommen. Wenn das natürlich jetzt einfach nur gezeigt wird, dass Kim Max eine Backpfeife gibt und man nicht weiß, warum. Und dass es in der nächsten Folge kommt oder zum Ende oder vielleicht in der nächsten Staffel, das wäre natürlich seitens im RTL auch schwierig oder der Produktionsfirma. Allerdings glaube ich das nicht. Ich glaube schon, dass dieses ganze Geheimnis aufgeklärt wird. Und dann müssen wir nochmal das neu bewerten, inwieweit denn dann doch. Und Kim selber sagt ja, die Stelle war gerechtfertigt. Ich selber bin gespannt, wie sie das rechtfertigen wird, wenn wir es sehen. Wir werden es sehen und dann sprechen wir auch drüber, meine Lieben. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir sprechen heute aber um 14 Uhr nochmal mit einem Thema, das liegt mir auch schwer im Magen. Das werdet ihr sehen, das wird auch nochmal übel werden. Mal gucken, wie ich das am besten aufbaue, ohne nicht aus der Haut zu fahren. Meine Lieben, ich sage jetzt erstmal Tschüss, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder um 14 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle da. Ciao.